Guck mal, das ist dein Mikrofon und das ist mein Mikrofon. Ja. Okay, dann nimm dir doch mal den Spiegel und schau mal rein. Was siehst du da? Mein Gesicht. Du siehst dein Gesicht. Was ist das für ein Gesicht? Ein Gesicht von Bunt. Ein buntes Gesicht? Ja. Ja? Was kannst du noch sehen? Da ich mir Grimasse ziehe. Ist das ein Gesicht, was gerne eine Grimasse macht? Ja. Warum macht das Gesicht gerne Grimassen? Weil es lustig aussieht, weil es gute Grimassen ziehen kann, wie sein Papa. Siehst du immer Grimassen, wenn du in den Spiegel schaust? Ja. Dann bist du ein lustiges Kind. Ja. Findest du dich schön? Ja. Was findest du schön? Die blauen Augen und die Stubbsnase. Was ist an dir besonders? Oder gibt es was, was die Leute immer sagen, wenn sie dich sehen? Oh, hast du schöne blaue Augen. Das stimmt. Was sagen deine Freunde über dich? Was mögen die besonders an dir? Weil ich so nett bin. Gibt es noch was, was deine Freunde besonders an dir mögen? Nein. Was machst du so den ganzen Tag? Spielen. Was spielst du gerne? Ich pflanze ein. Spielst du sonst noch was? Pflanzt du den ganzen Tag Sachen ein oder spielst du auch sonst noch was? Mit Matschepampe. Und spielst du mit deinen Freunden auch manchmal, dass du jemand anders bist? Ja. Wer bist du dann? Manchmal spiel ich auch, weil ich eine Babyente bin. Eine Babyente? Ja. Und wie findest du dich? Toll. Und wie fühlst du dich meistens? Schön. Und kannst du was besonders gut? Greifen. Und machst du was besonders gerne? Gerne mache ich Babyente spielen. Okay, vielen Dank. Das war super. Vielen Dank.